Radio FIPS Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Sibylle Eberhardt und dem Buch Als das Boot zur Galerung. Sibylle Eberhardt, 1945 in Geislingen geboren, beschäftigte sich bereits während der Berufstätigkeit als Realschullehrerin für Deutsch, Geschichte und Musik, nebenbei mit lokalgeschichtlichen Themen. Ihre Untersuchungen flossen in mehrere Beiträge ein, die vom Göppinger Geschichts- und Altertumsverein publiziert wurden. Nach ihrer Pensionierung verlagerte sich ihr Forschungsschwerpunkt auf die deutsch-polnischen Beziehungen, der sein Niederschlag in der Immanuela Kienzel Verlag erschienenen Studie, der Mordfall Kososchek und einem dokumentarischen Theaterstück, Der Pole muss weg, wiederfand. Darüber gab es auch vor Jahren mal eine szenische Lesung hier im Radio FIPS in der Lesebühne. In ihrer neuen Arbeit verbindet sie beide Schwerpunkte. Wir begleiten 18 polnische Jüdinnen auf ihrem Weg durch die im Titel angegebenen Lager, sowie 16 von ihnen bei der Zwangsarbeit bei der WMF. Dabei lernen wir die Lebensverhältnisse der Juden im Vorkriegspolen ebenso kennen, wie die Auswirkungen, die die deutsche Besatzung auf die polnischen und jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg hatte. Zudem gewinnen wir Einblicke in die Verknüpfung der deutschen Rüstungsindustrie mit dem KZ-System und dessen Personal. Das Buch begleitet, wie schon gesagt, 18 jüdische Frauen auf ihrem schicksalhaften Weg aus ihrer polnischen Heimat und durch die dort von der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs errichteten Ghettos, durch die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belzen und bei ihrem Einsatz als Zwangsarbeiterinnen in der heute noch bekannten Firma, weltbekannten Firma WMF in Geislingen-Steige, die während des Zweiten Weltkrieges Rüstungsgüter produzierte, bis sie zu ihrer Befreiung durch amerikanische Gruppen in Allach bzw. am Sternberger See. Worauf bezieht sich der Titel des Buches und wie sind Sie, Frau Eberhard, überhaupt auf das Thema gestoßen? Der Titel bezieht sich auf die Herkunft der Zeitzeuginnen aus dem Raum Lodz. Der polnische Städtename bedeutet Boot. Das städtische Wappen zeigt ein Boot, das mit seinen Rudern einlädt, selbstbestimmt durch die Gewässer des Lebens zu schippern, was bis zum Jahr 1939, das heißt dem deutschen Überfall auf Polen, auch möglich war. Unter deutscher Besatzung verwandelte sich das heimatliche Boot zu einer Galere, in der schon Kinder als Arbeitssklaven missbraucht wurden. Ich bin 2015 durch einen Zeitungsartikel auf die Endphase dieser Sklavenhalterschaft gestoßen, als die deutsche Rüstungsproduktion in der WMF durch das nahende Kriegsende zum Erliegen kam und die überflüssig gewordenen jüdischen Arbeitssklavinnen im April 1945 abgestoßen werden sollten. Unsere Lokalzeitung NWZ berichtete von der Auffindung einer Transportliste von Geislingen nach Dachau-Allach, auf der die ca. 800 überlebenden Zwangsarbeiterinnen mit Häftlingsnummer, Namen, Geburtsort und Datum verzeichnet waren. Diese Liste bot den Ausgangspunkt für meine weiteren Forschungen. Glücklicherweise gaben 18 jüdische Frauen aus Lodge und Umgebung nach Spielbergs Film Schindlers Liste, der von ihm gegründeten Shoah Foundation in USA, Kanada, Israel und Südafrika Interviews, auf die ich mich neben umfangreichen Archivrecherchen, Studienreisen, persönlichen Kontakten überwiegend zu Angehörigen der zweiten und dritten Generation, stützen konnte. Nach dreijähriger Arbeit konnte das Buch im Kinzel Verlag Hohenstaufen erscheinen, das ich nun vorstellen möchte. Zwischens 1916 und 1930 in die multiethnische Industriestadt Lodge bzw. den sie umgebenden Kleinstadtgürtel hineingeboren, erlebten die älteren Zeitzeuginnen noch die Wiedergeburt des souveränen Polen nach dem Ersten Weltkrieg mit und wuchsen in dessen zweitgrößter Stadt heran, die sich trotz der anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach Kriegsende rasch entwickelte, was sich in der von 341.800 auf 672.000 anwachsenden Einwohnerzahl widerspiegelt. Die jüdische Minderheit, die ein gutes Drittel der Stadtbewohner umfasste, ließ sich überwiegend im Norden der Stadt einschließlich der Altstadt nieder, während die in der Zwischenkriegszeit auf 10% geschrumpfte deutsche Minderheit in die südliche Neustadt bevorzugte. Die polnische Mehrheit, die 55% der Städter ausmachte, breitete sich von den Außenbezirken bis in den Stadtkern hinein aus. Je traditionsbewusster die jüdischen Familien waren, desto mehr schätzten sie aus Gründen der religiösen Praxis und der Sicherheit die Abgeschiedenheit des jüdischen Viertels, je größer die Assimilationsbereitschaft aus wirtschaftlichen und weltanschaulichen Gründen, desto eher entfernten sich die Familien vom angestammten Viertel und zeigten ihre Weltoffenheit in einer gemischten Wohngegend. Die Familien unserer jüngsten Zeitzeugin Mila zum Beispiel residierte am repräsentativen Freiheitsplatz, dem Platz Wolnoczci, der mit einer Statue des polnischen Freiheitskämpfers Kosciuszko geschmückt war. Milas Vater und seine Brüder besaßen hier mehrere Bekleidungsgeschäfte. Die meisten Familien unserer Zeitzeuginnen gehörten der breit gefächerten Mittelschicht an und wohnten in großen, 50 bis 100 Mietparteien umfassenden Anlagen, in denen meist nur das Hausmeisterpaar der polnischen Ethnie angehörte. Das Wohnen war hier angenehmer als in den dunklen und engen Altstadtgassen, wo die Dichte vor dem Ersten Weltkrieg noch 4,2 Personen pro Zimmer betrug, doch auch in den geräumigeren Wohnanlagen außerhalb der Altstadt waren sanitäre Einrichtungen innerhalb der Wohnung noch lange nicht selbstverständlich. Von vielen unserer jüdischen Familien, die Textilien, Modeaccessoires und ähnliches produzieren oder eine der zahlreichen Schneidereien betreiben, wird wie in vorindustrieller Zeit ein Teil der Privatwohnung als Arbeitsraum genutzt. Wo der Bereich Wohnen und Arbeiten nicht getrennt ist, wachsen die Kinder gleichsam in den elterlichen Betrieb hinein und übernehmen ihn nicht selten. Das hängt auch damit zusammen, dass Juden nicht alle Berufe offen stehen. Der Zugang zur staatlichen Verwaltung und dem Gerichtswesen ist ihnen zum Beispiel verwehrt. Doch finden sie in Handel-, Finanz-, Versicherungs- und Transportwesen ebenso Betätigungsmöglichkeiten wie in der erwähnten Bekleidungs- und Nahrungsmittelindustrie. Lohnarbeit wurde von den meisten Juden nach Möglichkeit gemieden, auch wenn unter den größten Lodger-Textilfabrikanten ein Fünftel Juden waren. In den bürgerlichen Familien der hier betrachteten Zeitzeuginnen waren die Mütter teils ausschließlich für die Haushaltsführung und Kindererziehung zuständig, teils halfen sie im Familienbetrieb mit und wurden dann von polnischen oder deutschen Kinder- bzw. Dienstmädchen entlastet. Allen hier betrachteten jüdischen Familien gemeinsam war das große Interesse an einer guten Schulbildung des Nachwuchses. Sie sollte sowohl Jungen als auch Mädchen zuteil werden. Das Bewusstsein, welche Bedeutung Bildung für den sozialen Aufstieg hat, war im gesamten Judentum fest verankert. Dem entsprach auch das große Angebot von jüdischen Privatschulen, die sowohl der kulturellen Identität der Schüler gerecht werden konnten, als ihnen auch einen Schutzraum vor möglichen antisemitischen Diskriminierungen zu bieten vermochten. Jedoch konnten sich nicht alle Eltern den teureren Privatschulbesuch leisten, der die Einhaltung des Sabbat wegen der jüdischen Lehrerschaft ermöglichte und als Unterrichtssprache jiddisch oder polnisch sowie zusätzlich hebräischen Sprachunterricht anbot. Da auch hier polnisch zum obligatorischen Fächerkanon gehörte, waren sowohl die jüdischen Privatschüler als auch die jüdischen Kinder an öffentlichen Schulen mit der polnischen Landessprache vertraut, eine wichtige Voraussetzung für ein Leben in der polnischen Mehrheitsgesellschaft. Ob zu Hause jiddisch oder polnisch gesprochen wurde, war von Familie zu Familie verschieden und spiegelte nicht zuletzt deren Assimilationsbereitschaft. Eine gymnasiale Weiterbildung erreichten aus verschiedenen Gründen nur wenige unserer Zeitzeuginnen. Nicht allein die finanzielle Mehrbelastung der Eltern spielte eine Rolle, sondern auch die schwierigen Aufnahmeprüfungen, der hohen Numerus Clausus nach dem Abitur sowie die teilweise an den Universitäten bestehenden diskriminierenden Sitzbank-Ghettos, das heißt getrennte Sitzbänke für jüdische Studenten. Während ihrer siebenjährigen Grundausbildung im Ganztagsbetrieb blieb den jüdischen Schülern nach der Erledigung der umfangreichen Hausaufgaben wenig Zeit für Freizeitaktivitäten. Die wohlhabenderen Mädchen berichten vom Eislaufen, Karussellfahren, Musizieren und Radiohören. Unabhängig von der finanziellen Situation der Familie konnten die Zeitzeuginnen die Lektüreangebote der öffentlichen Bibliotheken nutzen. Viele Mädchen entwickelten sich dadurch zu regelrechten Leseratten. Unterhaltung boten auch die zahlreichen Familienfeste, die von den Angehörigen der Großfamilie gemeinsam begangen wurden. In den Sommerferien verließen alle Zeitzeuginnen die heiße Stadt und mieteten sich zusammen mit ihren Müttern und Geschwistern auf einem Bauernhof im Umland ein. Manche durften auch an einem Ferienlager einer zionistischen oder bundistischen Jugendorganisation teilnehmen, was nicht selten mit den politischen Vorlieben der Eltern zusammenhing. Wollten zionistische Organisationen junge Juden für eine Zukunft insbesondere in Palästina vorbereiten, sahen die im Bund zusammengeschlossenen Sozialisten die Zukunft der Juden in einem sozialistisch geprägten Polen gesichert und lehnten eine Auswanderung ab. In den bundistischen Kreisen spielten, ähnlich wie bei den liberalen Geschäftsleuten, die sich höchstens an den hohen Feiertagen in der großen reformierten Synagoge sehen ließen, religiöse Riten keine große Rolle. Für die Mehrheit der Familien unserer Zeitzeuginnen aber war die Religion von zentraler Bedeutung. Die Speisegebote, der Sabbat, die Gottesdienste, Feiertage und Gebete wurden streng eingehalten. Salah, im jüdischen Viertel aufgewachsen, berichtet, dass der Beginn des Sabbat durch einen Schabbos, einen Synagogendiener, persönlich ausgerufen wurde. Danach seien überall die Kerzen angezündet worden und die Männer eilten zum Gottesdienst in die Schul, die in einem bescheidenen Stiebel eingerichtet war. Unter den gemeinsam mit der Großfamilie gefeierten Festen erfreute sich Pessach bei unseren Zeitzeuginnen besonderer Beliebtheit. Esther erklärt, da bekam ich nagelneue Schuhe und Kleider und konnte kaum erwarten, bis der erste Tag von Pessach kam und ich mein neues Kleid und meine neuen Schuhe vorführen konnte. Die Geborgenheit innerhalb der Großfamilie und der jüdischen Gemeinde wurde umso wichtiger, je mehr antisemitische Vorfälle durch das Mitte der 30er Jahre erstarkende rechtsgerichtete Lager der Nationaldemokraten toleriert oder unterstützt wurden. Unsere Zeitzeugin Rachela wird auf dem Schulweg von polnischen Schülern angepöbelt, die krakelen. Juden, fort mit euch nach Palästina, wir wollen euch hier nicht. Eine andere Zeitzeugin erwähnt Plakate mit dem Slogan Polen, den Polen. Wieder andere Boykottaufrufe aus Konkurrenzleid wie kauft nicht bei Juden, sondern bei euren eigenen Leuten. Neben solchen Verbalattacken gab es auf Wochenmärkten auch gewaltsame Ausschreitungen mit Toten und Verletzten. Diese besorgniserregenden Tendenzen im eigenen Land wurden weit ernster genommen als die innen- und außenpolitische Entwicklung im Nachbarland Deutschland. Die meisten Familien unserer Zeitzeuginnen fühlten sich durch die geografische Lage ihrer Heimatstadt im Herzen Polens sicher bzw. konservierten ein positives Deutschlandbild. Viele Städter, darunter auch einige Zeitzeuginnen, wurden noch in der Sommerfrische von der Mobilmachung am 30.08.1939 überrascht, kehrten überstürzt nach Hause zurück und erlebten schockiert die Bombardierung ihrer Heimatstadt Lodz am 2. September mit, die erhebliche Schäden anrichtete und über 300 zivile Opfer kostete. Aus Westpolen ins Landesinnere Flüchtende verbreiteten Schreckensnachrichten über die Brutalität der vorrückenden Deutschen, denen so mancher unserer Zeitzeuginnen keinen Glauben schenken wollte. So begab sich die damals 15-jährige Esther mit ihrer Freundin kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Lodz am 8. September unbekümmert auf die Straße, wo die Mädchen von Soldaten angehalten und in einer nahegelegenen Schule den Fußboden putzen mussten und zwar mit ihrer Unterwäsche. Miriam wurde Augenzeugin der brutalen Misshandlung orthodoxer Juden durch Deutsche, die deren Bärte abschnitten oder ausrissen. Doch war dies nur der Auftakt unvorstellbarer Terrormaßnahmen, die unmöglich alle erwähnt werden können. Aufenthaltsbeschränkungen, Beschlagnahmungen, jüdische Geschäfte, Stigmatisierung mit einer gelben Armbinde, dann mit dem Davidstern, Zerstörung der prächtigen Synagogen, Einweisung in ein mit Hausmauern und Stacheldrahtzäunen umschlossenes und von Deutschen bewachtes Ghetto in den ärmsten Stadtvierteln. Die wohlhabende vierköpfige Familie Karp wurde wie ihre jüdischen Mitbürger mit ihrem Handgepäck in eine Einzimmerwohnung mit Küche gepfercht, in der schon zwei Personen untergebracht waren. Die unzureichende Lebensmittel- und Arzneimittelversorgung begünstigte die Ausbreitung von Krankheiten der auf engstem Raum Lebenden und forderte viele Todesopfer. Für die dürftigen Lebensmittelrationen mussten Erwachsene, aber bald auch Kinderzwangsarbeit leisten. Sie fertigten Uniformen, gestrickte Mützen und Ohrenschützer sowie geflochtene Strohschuhe als wärmende Einlagen für Soldatenstiefel im Auftrag der deutschen Wehrmacht. Wer als arbeitsunfähig galt, wurde in das nahegelegene Vernichtungslager Kulmhof, Cherno eingeliefert und ermordet. Auch in den Landgemeinden und Kleinstädten des Wartegaus wurden diese Auslese getroffen, Familien auseinandergerissen und die Arbeitsfähigen bis August 1942 ins Lodscher Arbeitsghetto deportiert. In der ersten Septemberhälfte 1942 leiteten die Deutschen die brutalste Vernichtungsaktion im hoffnungslos überfüllten Ghetto Litzmannstadt ein, wie Lodsch seit 1940 genannt wurde. Die Gestapo räumte die Krankenhäuser, warf die Kinder teils aus den Fenstern auf zum Abtransport bereitstehende Wagen. Stichworte eines Augenzeugen halten fest. Frau eine Stunde nach Entbindung mitgenommen, Chirurg von Zangengeburt weggerissen. 1.253 Kranke fielen der gewaltsamen Evakuierung der Spitäler zum Opfer. Wenige Tage später sollten Kinder unter zehn und Erwachsene über 65 Jahren ins Vernichtungslager Kulmhof abtransportiert werden. Die Zeitzeuginnen beschreiben grauenhafte Szenen. Wenn Kinder versteckt wurden, nahm die Gestapo vielfach deren Mütter mit und die Kinder verhungerten im Versteck. Die übrigbleibenden Ghettobewohner mussten noch bis zum Herannahlen der Roten Armee im August 1944 Zwangsarbeit leisten. Dann wurde das Ghetto Litzmannstadt evakuiert. Bis zum 29. August rollte Güterzug um Güterzug mit 72.000 Juden von Litzmannstadt in die Todesfabriken von Auschwitz-Birkenau. Die wenigsten entgingen der Vernichtung und wurden dort noch einmal zum Arbeitseinsatz aussortiert, unter ihnen 120 Frauen und Mädchen, die nach wenigen Wochen ins KZ Bergen-Belsen deportiert wurden, das als Verteilerzentrum für in der Rüstungsproduktion einzusetzende Häftlinge fungierte. Töne vermögen besser als Worte, die Empfindungen der traumatisierten Frauen und Mädchen zum Ausdruck zu bringen. Wir hörten einen Teil aus dem Thema von des Films Schindlers Liste. Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Warum der Titel? Wir haben heute Sibylle Eberhardt zu Gast mit dem Buch als das Boot zur Galera wurde. Wie jüdische Frauen und Mädchen aus Lodz und Umgebung Ketoisierung lagerhaft in Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Zwangsarbeit in Geislingen-Steige und die Deportation nach Allach überlebten. Im ersten Teil der Lesung ging es schwerpunktmäßig um die Ketoisierung und die Lagerhaft in Auschwitz-Birkenau. Jetzt im zweiten Teil der Lesung wird der Schwerpunkt Zwangsarbeit in Geislingen sein. Ende November 1944 wurden die erwähnten 120 Frauen und Mädchen aus dem Raum Lodz bedroht von alliierten Luftangriffen von Bergen-Belsen zum Arbeitseinsatz in den damaligen Rüstungsbetrieb WMF im Süden Deutschlands deportiert, der nach dem Krieg wieder an seine Haushaltswarenproduktion anknüpfte, für die er bis heute bekannt ist. Am Standort der Firma in Geislingen befand sich ein kleines Außenlager des Taz-Natzweiler, bestehend aus fünf Wohnen einer Wirtschafts- und einer Revierbaracke, die umgeben von Wachtürmen und Stacheldrahtzäunen um einen Appellplatz angeordnet waren. Dort standen den Ankömmlingen erneut die bekannten Aufnahmerituale bevor. Die Registrierung mit einer Nummer, die ihre Persönlichkeit auslöschen sollte, die Uniformierung mit der einheitlich gestreiften Häftlingskleidung, die ohne Rücksicht auf die Passform verteilt wurde und deren dünner und harter Stoff die Haut irritierte. Außerdem bekamen sie Holzschuhe, die, weil es an Strümpfen fehlte, die bloßen Füße wundscheuerten und, wie sich bald herausstellte, bei Eis und Schnee völlig untauglich waren und wegrutschten. Nach der Einkleidung erfolgte die Arbeitseinteilung. Die Zuweisung zur Tag- oder Nachtschicht in der Fabrik, die zwölf Stunden umfasste, schien willkürlich vorgenommen zu werden, ohne Rücksicht auf das Alter der Betroffenen, da es diese mit 14 bis 45 Jahren angaben. Natürlich war für die Nachtarbeiter kein Freizeitausgleich wegen des massiven Eingriffs in den biologischen Rhythmus vorgesehen. Man fuhr mit den vorhandenen Arbeitskräften rücksichtslos auf Verschleiß und rechnete notfalls mit einem Ersatz aus dem Arbeitskräftereservoir, über das die SS in den Konzentrationslagern verfügte. Auch ein Schichtwechsel nach einem bestimmten Zeitraum war nicht vorgesehen. Manche Frauen blieben während ihres ganzen Aufenthalts in Geislingen zur Nachtschicht eingeteilt. Glücklich schätzen konnten sich etwa 20 zum Küchendienst ausgesonderte Frauen und Mädchen, nicht weil die Arbeit im Kartoffel- und Kohlenkeller angenehm war, sondern weil sie durch den Kontakt zur Küche sich oder einer Freundin zusätzlich zur kargen Essensration gelegentlich eine Kartoffel oder Rübe zustecken und so die Überlebensmöglichkeit geringfügig erhöhen konnten. Allerdings wurden solche Verstöße gegen die Lagerordnung, wenn sie von den SS-Aufseherinnen oder Kapos entdeckt wurden, mit drakonischen Strafen geahndet und so mancher musste daher diesen Traumjob mit der Arbeit in der Fabrik vertauschen. Im Lager selbst war bereits seit Ende Juli 1944 eine Gruppe aus 700 ungarischen Jüdinnen untergebracht, die direkt aus Auschwitz nach Geislingen deportiert worden waren. Sie mussten nun eine Wohnbaracke, die mit dreistöckigen Pritschen ausgestattet waren, den Polinnen überlassen. Jede Pritsche war mit einem Strohsack und einer dünnen Decke bestückt. Da die Häftlingsbaracken im Winter nicht beheizt wurden, rückten oft mehrere Häftlinge auf einer Pritsche zusammen, um sich mit ihrer Körperwärme aufzuwärmen. Die sanitären Einrichtungen waren unzureichend. Über 800 Häftlinge mussten sich vier Plumpsklos teilen, eine Katastrophe zu einer Zeit, als die Ruhr im Lager grassierte. Das größte Problem für die Häftlinge stellte der allgegenwärtige Hunger dar. Die verabreichten Essensrationen konnten ihn nicht stillen, da Lebensmittel, die für die Häftlinge vorgesehen waren, oft vom SS-Personal für die eigene Verpflegung beschlagnahmt oder zum Schwarzhandel abgezweigt wurde. Je dünner die Suppe, desto mehr wurden die Häftlinge zu kleinen Diebstählen verleitet, was zu immer ausgeklügelteren Kontrollen des Aufsichtspersonals führte. Schon Verdächtigungen, sich beim Essen fassen zum zweiten Mal angestellt zu haben, konnten zur Verweigerung der Mahlzeit sowie zu körperlicher Züchtigung führen. Selbst der Versuch, Küchenabfälle an sich zu nehmen, konnte brachiale Gewalt auslösen. Toba erzählt zum Beispiel, eines Tages kamen wir von der Arbeit heim und ich sah, wie jemand Kartoffeln aus der Küche hinauswarf. Ich hatte schon jahrelang keine Kartoffeln mehr gesehen. Ich ging auf zehn Spitzen aus der Baracke und nahm eine heiße Kartoffel. Ich bemerkte aber nicht, dass meine Aufseherin hinter mir her war und als ich aufstand, schlug sie mit der Faust auf meine Zähne. Vier Zähne habe ich ausgespuckt, vier weitere wackelten. Blut fing an zu fließen. In einem anderen Fall, als ein Mädchen heimlich Kartoffelschalen aufs Zimmer geschmuggelt hatte, wurde nach der Entdeckung für die ganze Baracke eine Kollektivstrafe verhängt. Alle mussten den ganzen Tag ohne Essen draußen im Schnee abhell stehen, während aus der SS-Baracke der Duft unbekannter Leckerbissen zu ihnen herüberwehte. Verantwortlich für die Lagerstrafen waren insbesondere zwei SS-Aufseherinnen, die wie ihre Kolleginnen, die die Häftlinge bei der Fabrikarbeit überwachten, bis Mitte 1944 selbst in der WMF als Fabrikarbeiterinnen beschäftigt gewesen waren. Sie waren im gleichen Alter wie der Großteil der ihnen unterstellten Häftlinge und hatten sich im Juni 1944 in der Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile, leichtere Arbeit und ein höheres Sozialprestige für eine Kurzausbildung als SS-Aufseherinnen anwerben lassen und setzten nun bei ihrem Einsatz in Geislingen skrupellos um, was sie bei ihrer Ausbildung in Ravensbrück gesehen haben mussten. Obwohl sie selbst unter der schweren Fabrikarbeit gelitten hatten, zeigten sie den Häftlingen gegenüber kein Mitempfinden oder eine gewisse Nachsicht. Nur eine Aufseherin empfand bei ihrer Tätigkeit ein Unbehagen und quittierte schließlich den Dienst, was keine negativen Konsequenzen für sie hatte. Ausschlaggebend für diesen Schritt war wohl der Rücktransport von zwölf kranken und schwangeren ungarischen Häftlingen nach Auschwitz vor der Ankunft unserer polnischen Zeitzeuginnen. Den verlängerten Arm der SS bildeten sechs politische Funktionshäftlinge, die Anfang Februar 1945 noch durch zehn als asozial gekennzeichnete Häftlinge verstärkt wurden. Bis auf eine Küchenkapo wurden die meist durch eine lange Lagerkarriere geprägten Funktionshäftlinge von den einfachen Häftlingen negativ beurteilt. Besonders gefürchtet war die Lagerälteste und die Küchenkapo, beide kommunistische Aktivistinnen des Widerstands. Erstere hatte diese Funktion schon zuvor in Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau zum Schrecken ihrer Mithäftlinge ausgeübt. Zu den zahlreichen Opfern dieser gestörten Persönlichkeit gehörte auch die bereits erwähnte inzwischen 14-jährige Mila, die sich eines Tages vergeblich bemühte, auf die Beine zu kommen und dem obligatorischen Zählappell beizuwohnen. Sie erzählt, wie die Lagerälteste in die Baracke kam und stundenlang mit der Faust auf sie einschlug, mit schlimmen Folgen. Sie hat diesen Wangenknochen in meinem Gesicht gebrochen, erklärt Mila und fährt fort. Ich verspürte Schmerzen und als ich mit meiner Hand tastete, spürte ich mein Auge irgendwo hängen. Sie hat mein Gesicht zertrümmert. Eine furchtbare Erfahrung für ein junges Mädchen. Im Krankenrevier konnte die Häftlingspflegerin, der keine Medikamente zur Verfügung standen, nichts für Mila tun und ihr nur ein Bett anbieten. Das entstellte Gesicht der 14-Jährigen konnte erst nach der Befreiung durch mehrere Operationen von Spezialisten der Gesichtschirurgie einigermaßen wiederhergestellt werden. Auch an öffentlichen Auspeitschungen von Häftlingen beteiligt sich die Lagerälteste, sofern diese nicht durch den Lagerführer oder die Erstaufseherin vorgenommen wurden. Zur Abschreckung für die Häftlinge wurde ein solches Exempel gern am arbeitsfreien Sonntag statuiert. Dazu wurden alle Häftlinge auf dem Appellplatz zusammengerufen, auf dem ein Stuhl in die Mitte gestellt wurde. Das Mädchen, das bestraft werden sollte, musste vor aller Augen seinen Rock hochziehen und sich über den Stuhl legen. Dann wurden ihm 25 Stockschläge verabreicht. Auch der Küchenkapo wurden von allen befragten Geislinger-Häftlingen Schläge bei der Essensausgabe, die sie anders nicht in den Griff bekam, vorgeworfen. Schikanös ausgedehnte Zählappelle bei jedem Wetter- und Zusatzarbeiten im Lager nach der Fabrikarbeit erschwerten das Dasein der Häftlinge im Lager. So braucht es nicht zu verwundern, dass sich viele sonntags freiwillig zur Arbeit in der Fabrik meldeten, um den Schikanen im Lager, aber auch dem demütigenden Wachen angestarrt werden durch Einheimische, die sich des Öfteren aus Sensationsgier am Lagertor einfanden, zu entgehen. Auch auf dem Weg zur Arbeit erfuhren die Häftlinge wenig ermutigende Gesten durch die einheimische Bevölkerung. Hier und da wurde ihnen ein oder mehrere Äpfel zugesteckt, was allerdings die begleitenden Wachen zu verhindern suchten. Meist nahmen sie den Häftlingen das Geschenk wieder ab und bestraften sie rigoros mit Schlägen. Den 1,6 Kilometer langen Ausmarsch empfanden die Häftlinge besonders im Winter unzureichend bekleidet und teils ohne Strümpfe in unbequemen Holzschuhen als sehr beschwerlich. Erfrierungen und Entzündungen der wundgescheuerten Füße waren weit verbreitet. Wer irgendwo einen alten Lumpen ergattern konnte, wandte sich diesen um die Füße. Um den Körper vor der schneidenden Kälte zu schützen, kamen einige auf die Idee, die dünne Decke, die sie zum Schlafen erhalten hatten, unter der Häftlingskleidung um den Leib zu wickeln. Doch nach kurzer Zeit wurde das Manöver entdeckt. Die betroffenen Frauen mussten zur Abschreckung sechs Stunden im Freien in großem Abstand voneinander stehen, um sich nicht gegenseitig wärmen zu können. Ihr Weinen und Klagen nützte ihnen nichts. Am Werkstor wurden die Schichtarbeiterinnen noch einmal durchgezählt und zu ihren Arbeitsplätzen geführt. Für alle Jüdinnen war die Arbeit in einem metallverarbeitenden Rüstungsbetrieb unbekannt. Waren die Polinnen die langen Arbeitszeiten in den Lodscher Ghetto-Betrieben schon gewohnt, so mussten sich die Ungarinnen auch daran erst gewöhnen. In den Quellen sind drei Abteilungen erwähnt, in denen KZ-Häftlinge zur Arbeit eingesetzt wurden, und zwar die Presserei, die Walzerei und die Schweißerabteilung. Allen dreien ist ein hohes Gefahrenpotenzial am Arbeitsplatz gemeinsam. Eine ungarische Jüdin berichtet von ihrem ersten Eindruck, den sie von ihrem künftigen Arbeitsplatz in der Presserei bekam. Wir betraten einen riesigen Käfig mit massiven eisernen Monstern. Der einweisende Meister erklärte, das sind die Pressen für Pistolen und Maschinengewehre. Die Ungarinnen betrachteten die Ungetüme dieser ihnen fremden Industriewelt mit Entsetzen, das sich noch durch die ausgesprochene Warnung steigerte. Auch nur eine Sekunde Unachtsamkeit könnte ihnen den Verlust eines Fingers oder einer ganzen Hand eintragen. Zusätzlich gab eine Aufseherin den Frauen zu verstehen, dass sie eine zweitägige Probezeit an den Pressen, an denen nie zuvor Frauen gearbeitet hätten, absolvieren müssten. Würden sie diese nicht bestehen, würden sie nach Auschwitz zurückgeschickt. Unter dieser Prämisse setzte sich die Ungarin Giselle am nächsten Tag vor eine solche Presse, die hoch über sie aufragte. Ihre Tätigkeit beschreibt sie so. Ich musste einen gut zwei Zentimeter hohen Metallblock genau platzieren und dann ein Pedal betätigen. Der Pressestempel donnerte auf das Metallstück herab. Dann musste ich ihn wieder nach oben schieben, entfernte die halbseitige Pistole mit ihren scharfen Rändern und legte sie in eine Kiste. Danach wurde der Vorgang wiederholt, ohne dass Zeit blieb, sich aufzurichten oder umzuschauen. Zwölf Stunden lang musste, abgesehen von einer kurzen Essenspause, der Arbeitsgang wiederholt werden. Die Ungarinnen bestanden den Test und es stellte sich heraus, so Giselle, dass wir innerhalb einer Woche die doppelte Leistung erzielten, die von den kriegsgefangenen Männern erbracht worden waren, worüber die Direktoren staunten. Der angedrohte Rücktransport nach Auschwitz, der wie ein Damoklesschwert über ihnen hing, hatte sie zu diesen Höchstleistungen gebracht. Damit hatten sie zugleich aber auch eine Norm für die nach ihnen eintreffenden polnischen Kolleginnen gesetzt. Um überforderte Frauen vor einem Rücktransport nach Auschwitz zu schützen, veränderte ein Betriebsleiter die Arbeitsorganisation durch Zerlegung der Tätigkeit in eine Vielzahl von Einzelarbeitsgängen. Diese Erleichterung erhöhte allerdings die Monotonie und verstärkte die Ermüdung bei der Arbeit. Wie viele Arbeitsunfälle auf das Konto von Ermüdungserscheinungen gingen, wurde in keiner Statistik erfasst. Die psychische Belastung infolge der eintönigen Arbeit erklärte eine polnische Jüdin so. Ich wusste nicht, was ich da produzierte. Ich musste einen Griff nach unten drücken und dann wieder hochziehen. Munition, was es genau war, ich weiß es nicht. Sie betätigt einen Griff zwölf Stunden am Tag. Sie muss den Rhythmus der Maschine aufnehmen, wird selbst zur Maschine degradiert, zum seelenlosen Roboter. Das Produkt interessiert sie nicht. Es wird ihr nicht erklärt und bleibt ihr fremd. So wird sie zum klassischen Beispiel entfremdeter Arbeit. Erschwert wurde die Situation am Arbeitsplatz zudem durch den ständigen Überwachungsdruck, dem die Häftlinge durch die Werksaufseherinnen ausgesetzt waren. Wer gegen das Redeverbot am Arbeitsplatz verstieß, ein kleines Geschenk, zum Beispiel einen Kamm von deutschen Mitarbeitern annahm, die Toilette eigenmächtig aufsuchen wollte, wurde mit Schlägen von den Aufseherinnen traktiert. Von Seiten der Vorarbeiter und Meister sahen sich die Häftlinge keinen Misshandlungen ausgesetzt, doch gaben sie zu verstehen, dass das zivile Aufsichtspersonal hohe Präzisionsanforderungen stellte. Eine Zeitzeugin fasst den Leistungsdruck so zusammen. Wir mussten liefern. Die Produktion musste erreicht werden. Unterbrochen wurde die Arbeit durch die Essenspause, bei der es wegen der dürftigen Portionen des öfteren zu tumultartigen Szenen kam, denen die Aufseherinnen mit Schlägen begegneten. Eine ungarische Jüdin klagt, die SS-Leute haben alles Nahhafte für sich behalten. Käse, Fleisch, Zucker. Wir haben Suppe aus Kartoffelschalen bekommen. Durch Meister und Ingenieure bekam die Geschäftsleitung Wind von der unzureichenden Ernährung, die die Leistungsfähigkeit ihrer Arbeitskräfte beeinträchtigen musste. So wurde angeordnet, dass wenigstens die in der Nachtschicht beschäftigten Häftlinge eine Zusatzmahlzeit aus Quantinenresten bekamen, eine gute Suppe wie eine Zeitzeugin urteilt. In manchen Abteilungen steckten auch die Vorarbeiter den Häftlingen ein wenig Brot, gelegentlich ein dringend mit benötigtes Medikament zu, womit sie sich natürlich selbst in Gefahr brachten. Einige Kranke waren schon zu sehr geschwächt, als dass sich ihr Körper aus eigener Kraft noch hätte regenerieren können. So erlagen insgesamt zwölf Erwachsene und ein Baby den Strapazen einer lebensfeindlichen Umwelt. Sie wurden anonym außerhalb des Geislinger Friedhofs in einem Massengrab verscharrt und erst 1946 auf Initiative der israelitischen Gemeinde auf die israelitische Abteilung des Göppinger Friedhofs umgebettet. In den ersten beiden Monaten des Jahres 1945 ließ die mangelnde Energieversorgung infolge des Zusammenbruchs des Transportsystems sowie die Rohstoffknappheit die Produktion stocken und die Geschäftsleitung der WMF versuchte, die nutzlos gewordenen Häftlinge abzustoßen. Diese wurden nun im Lager gehalten und der Bevölkerung der Umgebung als Arbeitssklaven für Tätigkeiten in Land- und Forstwirtschaft sowie in Privathaushalten gegen ein kleines Entgelt in Naturalien verliehen, das ihr Überleben sichern musste. In den ersten April-Tagen spitzte sich die Lage durch die Ankunft weiterer Häftlinge aus den aufgelösten Lagern Kalb und Geisenheim am Rhein zu, für die sich in Geislingen niemand zuständig fühlte, sodass die dortigen Häftlinge noch enger zusammenrücken und ihre dürftige Verpflegung mit den Neuankömmlingen teilen mussten. Erst am 11.04. gelang es der Geschäftsleitung der WMF einen Zug für den Abtransport aller Häftlinge nach Dachau-Allach zu organisieren, wo diese circa zwei Wochen provisorisch untergebracht wurden, bis auch das Lager Allach aufgelöst und die jüdischen Häftlinge in Güterzüge Richtung Tirol verladen wurden. Am Starnberger See konnten amerikanische Truppen die Unglücklichen am 30.04.1945 befreien. Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Sibylle Eberhardt, als das Boot zur Galera wurde. Wir haben während der Lesung ein, zwei Fragen aus dem Internet reinbekommen, da wir aber heute Publikum haben, möchte ich zuerst ins Publikum kurz schauen, ob es hier eine Frage gibt. Keine Reaktion. Eine Anja fragt, warum hat es in Geislingen keinen Aufstand, wie zum Beispiel im Ghetto in Warschau gegeben? Dazu hatten die Häftlingsfrauen gar keine Gelegenheit. Sie konnten nirgendwo ein Gewehr oder irgendwie eine Bewaffnung bekommen. Das war unmöglich. Die Bewaffnung war zu intensiv. Das Ghetto, eigentlich das Lager, zu klein, als dass da eine Möglichkeit gewesen wäre, irgendein Versteck für so etwas zu finden. Vielen Dank. Frau Eberhardt, vielen, vielen Dank fürs Kommen und für die noch sehr interessante Lesung. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Lesebühne geben. Die nächste Lesebühne ist am 9. Juni. Es liest Karl Schönweiler. Es war wie eine Wand. Auswirkungen der Reformation im Ottenbacher Tal von 1534 bis 2017. Zum Buch mit der Einführung der Reformation tat sich für die Bewohner ein tiefer Riss auf. Im Zusammenlegen innerhalb der dörflichen Nachbarschaft galt über alle Jahrhunderte eine goldene Regel. Das Thema Religion blieb tabu. Es war wie eine gläserne Wand. Eine unsichtbare Trennwand, welche in allen menschlichen Bereichen durchlässig war, jede Handreichung zuließ, nur in einem Punkt und Lebensbereich die Menschen voneinander trennte. Der Herausgeber Karl Schönweiler, Jahrgang 54, lebt in Ottenbach. Seit 1981 ist er schriftstellerisch tätigt, veröffentlicht Gedichte, Erzählungen und Kurzprosa. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Stauferlandes, insbesondere mit dem Blick auf das Ottenbacher Tal. Er ist engagierter Katholik, Mitglied der Kolbing-Familie Ottenbach und als solcher Mitglied in der katholisch-evangelischen Ökumene Gruppe Eislingen Ottenbach. 9. Juni, 16 bis 17 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und fürs Zuhören. Diesmal die Lesebühne, wie gesagt, mit Sibylle Eberhardt, als das Boot zur Galerie wurde. Verantwortlicher Redakteur, mein Name ist Rüdiger Wolf.